Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Mittwochmorgen. 15. März schreiben wir heute. Hier ist Martinet Pogipsi-Rechtsteiner und ich habe die folgenden Themen für euch mitgebracht. Zum einen ist da Yahoo, Stickerfight, Tagheuer, A, Switch, LMDE 2 und Teams. Beginnen wir mit Yahoo oder genau gesagt mit Marissa Mayer. Im Jahre 2012 kam sie damals zu Yahoo und versuchte die Talfahrt, in der sich Yahoo eigentlich schon befand, zu stoppen oder besser gesagt, zumindest das Ganze auch wieder in eine andere Richtung zu drücken. Wie wir ja mittlerweile wissen, hat trotz einigen Zukäufen und Umstrukturieren etc. das Ganze doch nicht so ganz funktioniert, wie es hätte sollen. Jetzt darf Willse gehen und kann oder muss eine Abfindung mitnehmen im Wert von 23 Millionen. 3 Millionen in bar und der Rest in Aktien von der neuen Firma, die dann schlussendlich in der das Ganze übergeht. Altaba, wenn ich das noch ganz richtig im Kopf habe. Aber ja, gehen wir weg oder schließen wir das Kapitel. Ich glaube, ums Geld geht es der Frau Mayer nicht. Von dem hat sie vorher schon genügend gehabt. Apple hat ja diese lustigen Sticker. Zuerst unter anderem auch von mir ein bisschen, ich würde nicht sagen belächelt, aber einfach so, ja, schön irgendwie, aber dann doch interessant wegen Daumen hoch und solche Geschichten. Das mache ich ja sehr, sehr gern. Und zwischendurch schmeiße ich auch ein paar Sticker durch die Luft. Und dazu gibt es jetzt einen tollen Werbespot, wie ich finde. Da sieht man mal, wie das ausschauen würde oder hätte, wenn man solche Sticker in echt verteilen, also da in dieser realen Welt da draussen, wo es Viren gibt und so, also außerhalb meines Kellers ist es, glaube ich, da verteilen würde. Sehr gelungenes Video. Wer es noch nicht gesehen hat, daily.gigtalk.ch. Da in der, ich glaube, 75-Folge. Nummer 75 ist es, genau. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Das nächste Thema ist, ich habe es ja zu Beginn der Woche schon angesprochen, Tag Heuer stellt seine neue Smartwatch vor. Im letzten Jahr kam es ja diese ca. 1500 irgendwas Dollar, teure oder günstige Smartwatch auf dem Markt, die man dann später auch mal austauschen konnte. Und da ging Tag Heuer einen Schritt weiter. Sprich, es gab ja einige Leaks zu der Uhr, aber das haben die Leute oder die Leaker nicht mitbekommen. Die Uhr ist ja ziemlich modular aufgebaut. Also man kann sich da sozusagen seine eigene Uhr zusammenstecken. Vom Band über dem Stück, was zwischen Uhr und Band ist und so weiter. Schaut interessant aus. Ist 100 Dollar teurer geworden in der günstigsten Version. Erinnert mich fast ein bisschen an die Apple Watch. Da geht es nämlich auch bis zu 16.000 irgendwas hoch. Also von dem her sehr spannend. Android Wear 2.0 ist leider drauf. Ich muss sie mal ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall auf den Videos und den ersten Bildern schaut sie sehr interessant aus, die kleine neue Uhr. Dann haben wir ein Thema, das uns Geeks und auch, ich glaube mittlerweile so ziemlich jeden beschäftigt. So eine Powerbank. Habt ihr doch sicherlich auch eine dabei, wenn ihr das Haus verlässt. Also ich meistens zwei, drei Stück. Je nachdem wie lange oder wie weit, dass ich aus dem Haus gehe. Und ja, die soll ja eigentlich dazu beitragen, dass ihr unterwegs, wenn ihr da mal irgendwie in Strommangel kommt, ja, dem da wieder vorbeugen könnt. Sprich euer Smartphone einstecken und Power habt. Jetzt gibt es da so ein lustiges Kickstarter-Projekt. Da hat wohl einer seine Oma vorgeschoben fürs Video. Ja, man kann ja die, wie soll ich sagen, die Batterie auch zusätzlich schwächen, indem man noch Funktionen mit einbaut. Ich spreche vom Kickstarter-Projekt namens A, wie vorher schon erwähnt. Da könnt ihr nämlich euer iPhone in ein Android-Device umwechseln, quasi. Einfach einmal umdrehen und hinten ist dann ein Android-Device drauf. Fünf Zoll-Display hat das Ganze, bis zu 256 Gigabyte Speicherplatz und SIM-Karten-Slots an zwei an der Zahl und Infrarot-Blaster und Wireless-Charging. Alles in einem ist quasi so wie der Buckelwall, den der Achim immer drauf hat. Einfach mit einem Android-Device drin. Ich weiss nicht, weshalb ich das machen sollte, weil, ja, wie gesagt, der Akku der Powerbank ist ja eigentlich da, um dem Haupt-Device Strom zu geben, nicht um sonst noch weggesaugen werden. Aber vielleicht, mal schauen, was muss ich da einwerfen? 119 Dollar? Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich da noch mit. Das sind ja noch ein paar Tage, wo man da mitbaken kann, backen kann, wie auch immer. Ja, schaut es euch mal an. Und wenn ihr da eine Meinung dazu habt, bitte gerne in die Shownotes unten in die Kommentare oder via Social Media. Nintendo meinte ja, sie wollen bis Ende des Monat Märzen, Anfang des März ging ja die Switch online, also sprich im Verkauf, zwei Millionen Stück verkaufen. Zahlen von Nintendo gibt es nicht, aber von diversen Orten gibt es Schätzungen, die gehen auseinander zwischen 360.000 und 500.000 bis zu eineinhalb Millionen, die schon verkauft worden sollen, sein. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Der Jan hat ja die Box schon länger bei sich rumstehen und getestet für den pokips.ch Blog, da könnt ihr auch ein Review nachlesen. Ich glaube, ganz so begeistert war er dann doch nicht, aber das ist, glaube ich, immer so bei den Nintendo-Boxen am Anfang. Meiner einer wird sich die sicherlich auch noch zulegen, wenn es irgendwie klappt und bin gespannt darauf. Mir genügt ja Mario, viel mehr brauche ich da nicht. Dann haben wir eine Neuigkeit für all diejenigen, die genug von Windows haben und doch nicht auf den Mac wechseln wollen und oder vielleicht wieder mal Linux austesten wollen. Da gibt es verschiedene Derivate, die ihr euch antun könnt, von einfach bis zu, ja, da müsst ihr dann schon rauskommen, was er tut. Und eine davon, die für Windows-Umsteiger sicherlich sehr, sehr gut ist, ist die Mint, Linux Mint. Denn die schaut zumindest optisch sehr dem, also jetzt mittlerweile Windows 10 ähnlich. Somit fällt so ein Wechsel nicht ganz so schwer. Und da gibt es jetzt eine neue Version, LMDE 2. Das ist die Linux Mint Edition, Linux Mint Debian, jetzt so rum geht es, Linux Mint Debian Edition in der zweiten Version. Nicht basierend auf Ubuntu, wie eben sonst die Mint-Geschichten immer tun, sondern auf Debian. Somit ein sehr, sehr stabiler Unterbau und auch ein sehr powervoller Unterbau. Soll aber dennoch nicht darauf verzichten, auf die ganzen Packages, die ihr da eben mit Mint dazu bekommt. Also wenn ihr wieder mal switchen möchtet, ich sage mal so ein kleiner Gruß Richtung Reidinger, mal schauen, ob sie noch dabei sind. Das wäre doch wieder mal was zum Ausprobieren. Dann habe ich noch ein kleiner letzter und das ist Microsoft Teams. Wir haben immer wieder mal darüber gesprochen. Jetzt ab heute, also bis gestern, 14. März, ist das ganze Jahr für jedermann offen. Wenn ihr also ein Business Account von Microsoft Office und dem ganzen Drumherum da habt, solltet ihr euch das mal anschauen als Slack-Alternative, was auch immer ihr damit dann schlussendlich tun möchtet. Ich bin gespannt, was ihr da so für Erfahrungen macht. Ich werde mir das auf jeden Fall nach Möglichkeit gerne mal anschauen. Wer weiss, wer weiss. Und zu guter Letzt einen kleinen Videotipp. Geht mal auf daily.tiktok.ca, da haben wir ein kleines YouTube-Video verlinkt. Den jungen Herrn James Corden, den kennt ihr sicherlich von seiner Late Late Night Show, die er in den Staaten hat. Der hat ja vor kurzem eine seiner Unterformate an Apple verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Format ist, was er nächstes Mal Richtung Apple verkaufen könnte, denn er hat, wie soll ich sagen, er spielt mit Schauspielern, deren ihrer Filmkarriere nach, also all deren ihrer Filme. Und einer, den ich mir da rausgepickt habe, ist Samuel L. Jackson. Müsst ihr euch anschauen, einfach kultig die ganzen Filme. Ich werde mir sicherlich die nächsten Tage wieder mal ein paar Samuel L. Jackson Filme zutun und wieder mal anschauen, weil Pulp Fiction und so muss einfach sein. In diesem Sinne, ein kleiner Tipp für euch und ja, wir hören uns morgen wieder, hoffe ich doch so schön und wünsche euch einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.